Meine Stadt ist geiler als deine. Was los, Mädchen? Alles gut? Nur der Bereich. Alles klar. Ich bin aus Berlin und als Berliner merkst du eine Sache nur, wenn du Berlin verlässt. Und das ist, dass Deutschland verdammt schön sein kann. Fuck! Scheiße, man! Shit! Fuck me, man! Ich komm aus Berlin. Berlin ist cool, aber Berlin ist grottenhässlich. München, superschön. Das Ding ist, ihr habt immer noch genug Elend, um euch zu erinnern. Okay, es ist trotzdem eine Stadt. Ich war vor kurzem für Comedy in Heidelberg. Und Heidelberg? Fuck me, man! Heidelberg ist so romantisch schön. Ich bin durch Heidelberg gelaufen und dachte, scheiße! Ich bin ein Tourist im eigenen Land. Fuck! Romantisch schön. Du hast so eine kleine Altstadt mit einem Fluss, einem Hügel, Weinberg und Schloss auf diesem verdammten Hügel. Romantisch schön. Das kenn ich nicht. Ich komm nicht aus Berlin-Kreuzberg. Nicht Weinberg von Kotti. Okay, das Romantischste, was ich in meinem Alltag habe, ist, wenn zwei Junkies eine Nadel benutzen. Okay? Du denkst, oh, das ist unhygienisch. Ah, ihr seid Freunde. Ist okay. Ich bin aus Berlin. Berlin ist jeder kreativ. Jeder in Berlin ist kreativ. Sogar die fucking Bettler. Unsere Bettler sind extrem kreativ, wenn es darum geht, dir Geld aus den Taschen zu holen in der U-Bahn. Okay, es gibt immer noch die Ausnahme. Es gibt immer noch diesen etwas älteren türkischen Mann, der mit einer Krücke in die U-Bahn reinläuft und dann diese Krücke vier, fünf Mal auf den Boden haut und dir dann einen Becher vors Gesicht hält. Mit so einem riesigen Selbstbewusstsein, ja? Für ihn gibt es keinen Grund, dass du ihm kein Geld gibst. Und du sitzt da und denkst, sorry, aber das, das ist nicht mehr genug. Das reicht nicht. Da ist so viel Talent neuerdings da draußen. Das ist unglaublich. Poeten, Rapper, Musiker und ohne Scheiß. Letztens vor ein paar Monaten habe ich einen Typen gesehen, der für Geld ein Schwert verschluckt hat. Ein Schwertschlucker. Der Typ kam rein in die U-Bahn und hatte einen riesigen Schwert in der Hand. Und er war so mysteriös, weil er nichts gesagt hat. Er hat einfach nur sein Schwert gezeigt. Und die Leute waren so, aha. Aha. Und dann ohne weiter was zu sagen, hatte sich das Ding kurz reingeschoben, rausgenommen, reingeschoben, rausgenommen, sich verbeugt. Und wir sind alle kollektiv ausgerastet. Wir sind aufgestanden, oh mein Gott, ihr lebt noch, was? Was? Jeder in dieser beschissenen U-Bahn hat den Typen Geld gegeben. Jeder. Sogar ich. Ganze 50 Cent. Und um ehrlich zu sein, das ist unnatürlich für mich, okay? Ich gebe niemanden irgendetwas. Jemals. Nicht, weil ich ein schlechter Mensch bin. Okay, auch. Aber der Grund ist, ich gebe diesen Leuten kein Geld, weil ich gerade 2,80 Euro bezahlt habe, um diese Maschine für fünf Stationen nur in eine Richtung zu benutzen. Da bin ich der Meinung, Entertainment sollte mit inbegriffen sein, okay? Ich habe bezahlt, Mann. Ich habe auch das Ding mit mir, sorry, du warst gut, aber 2,80, sorry. Aber dem habe ich 50 Cent gegeben. Und als ich das 50 Cent gegeben habe, dachte ich mir, fuck, der Typ hat echt viel Glück. Jetzt nicht, weil er ein Obdachloser ist, das ist echt scheiße. Nein, er hatte Glück, weil er ein deutscher Obdachloser war. Er hatte lange blonde Haare, war weiß, sah sehr ungefährlich aus. Und als dieser Typ mit einem riesigen Schwert in die U-Bahn reinkam, waren alle neugierig. Okay? Die Leute haben ihn angeguckt, mich auch, und so, ooooh, was er gleich für uns machen wird. Sorry, aber ich bin mir ganz sicher, die Reaktionen würden komplett anders ausfallen, wenn der Typ ein bisschen aussehen würde wie ich. Okay? Ganz ehrlich, wenn ein Typ, der so aussieht wie ich, mit einem riesigen Schwert in die U-Bahn reinläuft, dann bist du nicht neugierig. Du bleibst nicht sitzen und es ist scheißegal, wie normalerweise tolerant du in deinem Leben bist, ja, ob du für Refugees bist oder nicht. Du bleibst nicht sitzen, nur weil die klitzekleine Möglichkeit besteht, dass der Typ in einem Dönerladen arbeitet und heute mal seinen Rucksack vergessen hat, wo er normalerweise sein Schwert reinmacht. Sorry, als jemand, der in Afghanistan geboren ist, wenn ihr jemanden seht, der so aussieht wie ich und mit einem riesigen Schwert in die U-Bahn läuft, Lauft, fucking hell! Lauft! Lauft! Eure Reaktion sollte sein, raus, 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 raus! Ich meine, danach, nach fünf Minuten könnt ihr immer noch googeln, war er ein Terrorist? Nein, er hat doch in einem Döner arbeiten, ja, okay, fuck. Ich weiß nicht, hier sind sehr viele junge Menschen, hier gibt's noch Leute, die bei den Eltern wohnen? Hey! Eine Sache sag ich dir, ja, gib ihm mal Applaus, sorry! Egal, was du machst, zieh nicht aus! Das ist die größte Lüge, die man sich einredet, oh ja, ich will alleine wohnen, mhm, dann kann ich bis drei Uhr nachts kiffen und masturbieren, fuck it! Keine Ahnung, was das über mich sagt, ich liebe meine Eltern, aber ich vermisse den Kühlschrank meiner Eltern viel mehr als meine Eltern. Und die Leute, die hier drin sind, ihr wisst genau, wovon ich rede, Mann. Okay, das ist dieser Kühlschrank, den hast du früher aufgemacht und der ganze beschissene Supermarkt war da drin. Der ganze Supermarkt, für den ich nie was gemacht hab, dass er da drin ist. Und trotzdem gab's Momente, wo ich mich aufgeregt hab. Ich hab das Ding aufgemacht und war so, oh scheiße! Mama! Mama! Wo ist die Milchschnitte? Das war ich noch mit 21, ein bisschen peinlich. Und ich weiß ganz genau, wo die letzte Milchschnitte war, okay? Ich war stoned um vier Uhr morgens davor, hab das Ding aufgemacht, dachte, uh, fünf war Punk! Ja, ba, 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 du! Aber ich wusste auch, je mehr du meckerst, desto mehr Milchschniff wird sich in diesen verdammten Kühlschränken den nächsten Tag wiederfinden. Das ist alles, was du machen musst, du musst es nur meckern. Heute auch. Ich liebe meine Eltern. Aber das erste, was ich mache, ist, ich steh vor diesem verdammten Kühlschrank. Und versuch, ihn aufzumachen. Weil ich ganz genau weiß, was mir passiert, wenn ich eine Song mache. Du machst das Ding auf und bist vollkommen geflasht, weil du denkst, scheiße, Mann, was? Vier verschiedene Sorten Käse? Vier? Ich dachte, die sind arm? Auswahl! Ich habe keine Auswahl, okay? Ich lebe in einer WG seit drei Jahren und die einzige Auswahl, die wir haben, sind zwei verschiedene Biersorten. Und so ein Einmachglas mit selbstgemachter Pesto. Und hier ist das Problem, wir sind zu dritt seit drei Jahren und keiner von uns weiß, ob das Ei selbstgemachte Pesto ist oder nicht. Wir haben es einfach nur so genannt. Weil es eine dicke, grüne Flüssigkeit ist, die im Dunkeln leuchtet. Und der einzige Grund, warum das Ding immer noch da ist, ist, weil wir kein Licht in diesem Kühlschrank haben. Ich meine, könnte toxisch sein, aber du musst ja gucken, ob du Bier hast oder nicht. Okay, ich glaube, ihr seid soweit, um über meinen Penis zu reden. Okay, jetzt wissen wir, was hierfür drauf heißt. Ja, ganz ehrlich, mein Penis ist mir wichtig. Wäre ich eine Frau, würde ich über meine Vagina besprechen, aber ich rede über meinen Penis. Auch mit meinem Penis. Manchmal sage ich, hey, komm schon, komm schon. Wir müssen was machen jetzt. Das Ding ist, jeder Mann, egal wie selbstbewusst er ist, hat irgendeine Unsicherheit, was seinen Penis betrifft. Bei mir ist es die Hautfarbe. Mein Penis ist viel dunkler als der Rest meines Körpers. Eine Sache, die ich schon als Kind nicht verstanden habe. Okay, war viel, ich stehe unter der Dusche und denke... Nein! Das ist nicht meiner! Wirklich, ich hatte die Theorie jahrelang, dass ich einen Unfall hatte als Baby und meinen Penis verloren habe. Weiß nicht, in der Tür eingeklemmt oder irgendein Scheiß. Und mein Vater musste mir dann einen neuen besorgen. Und das Problem ist, mein Vater ist ein wunderbarer Mensch, aber der ist nicht wirklich organisiert. Er hat mich so auf den letzten Moment geschoben und dann irgendwie 15 Minuten bevor der Penisladen zumacht. Ja, ich brauch doch schnell einen, komm, sie einen! Ohne Scheiß, ich musste mir das Letzte beweisen, okay? Ich musste mir beweisen, dass er viel dunkler ist, also bin ich in ein Bauhaus gegangen. Und habe mir so eine Farbskala geholt. Und dann habe ich verglichen und es stimmt, mein Penis ist viel Schattierungen dunkler als der Rest meines Körpers. Die Farbe heißt Mahagoni-Braun. Oh Mann, ich bin bald, ich werde bald 34 und ich versuche besser zu leben, ich versuche mich besser zu ernähren. Ich gehe jetzt auch in Fitnessstudios. Fuck me, ist das anstrengend. Das Problem ist, es ist nicht nur anstrengend währenddessen, es ist noch anstrengender danach. Besonders wenn du die Beine trainierst. Oder wenn wir es wie zutage heute in Deutschland nennen, nach dem Leg Day. Ich kam mich noch das erste Mal an, dann war Montag, 7.30 Uhr, ich musste zu einem Termin, ich versuche aufzustehen und es ging nicht. Meine Oberschenkel waren so, hey, wir haben viel zu viel gestern gemacht, das ist dein Problem jetzt, fuck you. Und dann stehst du vor diesen Treppen und du willst runterlaufen, was die einfache Form von Treppenlaufen sein soll und es geht einfach nicht. Und irgendwas, für mich Leg Day, seitdem bedeutet, dass ich die Treppen rückwärts runterlaufen muss. Sorry, wenn dir die Beine wehtun, dann machst du alles. Und es waren am Montag, 7.30 Uhr, ich bin die Treppen rückwärts runtergelaufen und hab gehofft, dass mich niemand sieht. Ich lag falsch, mein beschissener Nachbar kam nach Hause und das ist ein Berliner, der geht gerne aus. Das heißt, der geht dann am Freitagnacht aus und kommt Montagmorgen komplett verstrahlt nach Hause. Der war in 7 verschiedenen Techno-Clubs, hab 17 verschiedene Drogen genommen. Er kam so nach Hause, während ich weiterhin rückwärts runtergegangen bin. Und der hat mich erst gar nicht bemerkt, kurz bevor er mich überholt hat, wurde er langsamer. Und ich konnte in seinem Gesicht lesen, was er dachte, er dachte, oh shit, fuck, passiert das gerade echt? Und ich hätte in dem Moment alles aufklären können, ich hätte sagen, dude, das passiert gerade echt, ich hab zu viele Squats gemacht, geh nach Hause, trink Wasser, alles wird gut. Aber das hab ich natürlich nicht gemacht, weil ich so nicht funktioniere. So ein Mensch bin ich nicht. Was bin ich? Ich bin einer dieser Leute, wie nennt man uns? Ja genau, ein Arschloch. Okay? Ich hab die Möglichkeit gesehen, ihn zu verarschen und ich hab die Möglichkeit sofort genutzt. Während er immer noch perplex geguckt hat, bin ich weiterhin rückwärts runtergegangen. Diesmal langsamer und creepier. Und hab, na wie geht's rückwärts gesagt. Und das war's für ihn. Ich hatte den schönsten Tag meines Lebens, eher nicht so. Denn als ich nach 3 Stunden wiederkam, stand er immer noch auf der gleichen Stelle. Okay Leute, das war's von mir. Vielen Dank, ihr wart fucking close. Vielen Dank. Meine Stadt ist geiler als deine.